Willkommen zurück zu Kirby und der Regenbogenpinsel. Im letzten Part haben wir mit einem super überraschenden Ende den Story-Modus abgeschlossen. Das mag ich so in den Kirby-Spielen. Man weiß nie irgendwie, wer jetzt nun wirklich der Oberbösewicht ist. Das war ja in Kirby Nightmare in Dreamland und Kirby's Adventure Wii genauso, dass sich am Ende dann irgendwas Überblüffendes ausgestellt hat, wer nun wirklich der ultimative Bösewicht ist. Aber das Ende war wirklich extrem spannend. Aber, wie ihr in meinem Spielstand sehen könnt, ist das Let's Play noch nicht zu Ende. 95%! Eigentlich schon recht viel, um ehrlich zu sein. Ich habe mir mal wieder erwartet, dass so wie in Kirby-Chuple Deluxe eine Art Extra-Modus gibt, wo dann alles so schwer ist. Aber nicht. Naja, um ehrlich zu sein, bin ich froh darüber, denn der Extra-Modus in Kirby's Adventure Wii zum Beispiel, der war zwar ganz nett, aber er war fast nur das gleiche. Und das war dann schon ein bisschen nervig im Let's Play. Der Extra-Modus von Kirby-Chuple Deluxe hingegen war super mit Didi-Di und dem Speedrun und so. Aber diesmal scheint es sowas in der Art nicht wirklich zu geben. Naja, aber wir wollen ja 100% auf unserem Spielstand haben. Dazu brauchen wir natürlich 100% im Story-Modus und dazu müssen wir auch die Herausforderungen machen, ganz genau. Die Herausforderungen habe ich ja im Laufe des Story-Modus alle einzeln freigeschaltet. Und wie ich schon aus der Katzen-Mario-Show weiß, da gab es eine ganz lustige Folge, ich glaube Folge 13 war es, da wurde ja gezeigt, dass der Herausforderungs-Modus, ich habe es eigentlich eh schon die ganze Zeit vermutet, das sind die so ähnliche Räume wie diese kleinen Räume mit dieser Tür, die dieses Zeitsymbol haben. Da muss man ja immer auf Zeit so eine Schatztruhe einsammeln. Und im Trailer und so wurde das ja auch immer schön vorgeführt, dass es da so spezielle Herausforderungen gibt. Ich hoffe jetzt allerdings, dass ich für diese Herausforderungen die Amiibos nicht brauche, denn um ehrlich zu sein, die habe ich jetzt gar nicht. Hier, denn wir pendeln ja zwischen Wien und Burgenland hin und her und jetzt habe ich Meta-Night-Didi-Didi und Kirby vergessen, als wir nach Wien gefahren sind. Okidoki, Moment, ok, da unten steht es eben mehr Spieler, aber Amiibo-Symbol gibt es nicht. Moment, die zwei sind gesperrt? Achso, dazu braucht man erst Goldmedaille in den vorigen. Ok, das ähnelt ein bisschen diesen kleinen Challenges in Kirby's Adventure Wii. Wollen wir mal ausprobieren. Gut, du musst in allen vier Räumen die Schatztruhe finden und hast pro Raum nur 15 Sekunden Zeit dafür. Das weiß ich doch schon. Oh, Moment, Minuten-Herausforderungen. Gibt es da etwa verschiedene Arten von Herausforderungen? Das war ja leicht. Die erste, ja, den habe ich auch schon im Trailer gesehen, die allererste da. Die war ja leicht. Ok, da gibt es schon mal mehrere Räume hintereinander. Und Moment mal. Werden die Minuten, die Sekunden etwa von allen Räumen zusammengezählt? Moment, sind das nicht dieselben? Tatsache, man hat nicht immer gleich viel Zeit. Moment, so. Sind das nicht dieselben Räume, die wir im Story-Modus schon hatten? Habe ich jetzt nur noch drei Sekunden für den letzten Raum? Ich glaube, es waren doch vier, oder? Achso, ich habe immer 13 Sekunden. Okay, so. Moment. Halt! Blöd, das war jetzt aber extrem blöd. Silber, nein, da muss Gold sein. Das mache ich nochmal. Okay, ich habe jetzt zuerst gedacht, aber scheinbar hat man immer nur 13 Sekunden. Aber im ersten komischerweise 15, verstehe ich irgendwie nicht. Oder hängt es etwa vom ersten ab? Nein? Achso. Achso, immer nur wenn es oben ist, hat man 15 Sekunden. Na bitte, okay, die ersten drei sind ja noch recht leicht. Aber sind das jetzt nun wirklich die gleichen aus dem Story-Modus? Oder es kann sein, warum mir die noch so bekannt vorkommen, dass die schon mal in der Katzen-Mario-Show oder in einem Trailer vorgeführt wurden. Ach, die Katzen-Mario-Show ist so süß. Was ich auch mag daran ist, dass noch andere Sachen vorgeführt werden. Als ich nur Mario spiele. Genau, so, so, so. Und ab geht die Post. Ja, na bitte, diesmal habe ich es geschafft. Das mit dem Sternen-Boost ist oft gar nicht mal so leicht. Na bitte, das muss jetzt aber Gold sein, oder? Na bitte. Ich glaube, bei zwei Schatztruhen ist es Bronze, bei einer Schatztruhe kriegt man das überhaupt nicht. Okay, wieder eine neue Herausforderung. Ich glaube, bei einer Schatztruhe kriegt man keine Medaille, bei zwei eine Bronze-Medaille, bei drei eine Silber-Medaille und bei allen vier eine Gold-Medaille. Aber gibt es etwa noch andere Arten von Herausforderungen? Da steht ja hier Minuten-Herausforderungen. Ich glaube, es gibt noch andere. Naja, aber was für andere könnte es da noch sein? Okay, das mit dem Nebel aus der Wolkenwelt. Achso, ich habe gedacht, ich muss alle von den Flaschen einsammeln. Dabei war die hier irgendwo versteckt. Okay, die Herausforderungen machen Spaß. Und ein Glück, dass ich die Amiibos nicht brauche. So und, na bitte, das war jetzt aber gar nicht mal so fies. Ihr seht, bei den Herausforderungen muss man schnell zeichnen können und man braucht Köpfchen. So, 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 so. Gut. Na bitte. Machen aber irgendwie Spaß die Herausforderungen. Ja, wirklich, ein netter kleiner Modus. Genau wie bei denen in Kürbis Adventure Wii. So, 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 so. So, hey, stehen schon ein bisschen blöd im Weg herum. Oh, der eine hat mich jetzt getroffen. Die Pronto-Birds. Moment, das waren schon alle? Das ging jetzt aber schnell. Ich habe jetzt gar nicht mal gemerkt, dass ich schon alle hatte. Na bitte. Macht aber wirklich extrem Spaß. Und scheinbar gibt es hier am Ende immer irgendeine achte Herausforderung, die immer versperrt ist. Naja, gut. Machen wir mal langsam, aber sicher weiter. Gut. Aber ich glaube, es gibt auch andere als die Minuten-Herausforderungen. Aber bitte nicht spoilern. Oh, diese Kanonen. So. Aber bitte nicht spoilern, für den Fall, dass es noch andere Herausforderungen gibt. Nicht spoilern. Sage ich jetzt ganz deutlich. Äh, Moment. Denke ich mir ja. Da muss doch ein Sternenboost kommen. Na bitte. Super duper. Aber die Herausforderungen, die machen echt Spaß. Nettes, kleines, ähm. Was? Moment. Denke ich mir ja. Da muss doch... Nein! Das kann es nicht sein. Der leere Raum hat mich aber irgendwie jetzt überrascht. Oh. Das war jetzt aber doof. Naja. Moment. Achso, es geht noch weiter. Nein. Ich starte neu. Muss ich neu starten. Aber Amiibus und so kann man hier nicht einsetzen, oder? Nein. Sonst würde das ja stehen. Guuuut. Und? Na bitte. Die erste hier ist ja leicht, wenn man weiß, wie es geht. Was soll ich gerade sagen? Ach ja, das mit den Zahnrädern und so. Erinnert mich jetzt irgendwie an den Timekeeper. Kennt ihr diesen Film Spy Kids? Die Legende von irgendwas. Da waren ja auch so ähnliche Räume mit ganz vielen Zahnrädern und so. Mit diesem Typen, der ja die Welt beherrschen wollte, indem er die Zeit schneller vorwärts gedreht hat. Obwohl, eigentlich wollte er ja nur seinem Vater. So, seinem Vater, der ja früh gestorben ist, weil er ja so dumm war und mit seiner Zeitmaschine herumgespielt hat. Hach. Obwohl, habe ich jetzt auch so sehr gespoilert, für welche, die den Film noch nicht gesehen haben? Naja. Für den Fall, dass ihr das getan habt, tut's mir leid. Naja. Aber ich kenne das. Spoiler sind ätzend. Aber es gab schon manchmal Abonnenten, die gespoilert haben, obwohl ich's nicht will. Ich seh jetzt mal drüber hinweg, aber ich sag's nochmal. Bitte nicht spoilern, wenn ich Blind Let's Plays mache. Das mag ich überhaupt nicht. Also, bitte. Ich bin nicht böse, wenn ihr's trotzdem macht, aber es wäre extrem nett, wenn ihr's nicht mehr machen würdet. Gut, aber ich glaub, die Räume sind doch anders. Na bitte, das Erste war ja hier voll leicht. Naja, aber ich glaub, ich hatte auch ein kleines bisschen Glück. Okay. So, so, so. So, und das erinnert mich jetzt an einen Raum aus Curvy Superstar Ultra, wie ich jetzt ganz schnell wieder raufgekommen bin. Macht aber Spaß, ja wirklich. Und, Beeilung. Tippi, 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 tipp. Na bitte, das macht Spaß. Oh, das macht aber wirklich Spaß. Die Herausforderungen sind klein, aber feine Level. Wow, wow. Die muss ich jetzt besiegen. So. So, komm, 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 komm. Ja, das war knapp, aber ich hab's noch geschafft. Na bitte, eine Sekunde. Mann, oh Mann. Okay, die Herausforderungen machen extrem Spaß sogar. Erinnert mich jetzt umherzusehen ein bisschen an die, die Drumdash Deluxe. Das hab ich ja auch vor einiger Zeit. Dieses Jahr sind aber viele Körbisspiele herausgekommen, auch wenn es nur zwei davon, solche, zwei davon nur so ganz kurze waren. Das waren aber trotzdem viele Körbisspiele. Und die, die Drumdash Deluxe, war extrem gut. Wie gesagt, in Amerika ist das ja heute. Ach, seht doch, mein Let's Play haben. Das Let's Play waren nur vier Parts lang. Ich hab mir aber trotzdem Mühe gegeben und es hat mir Spaß gemacht. Ja. Und Kirby Fighters Deluxe. So. Genau, da muss man sich jetzt so durchfallen lassen. Raffiniert. Aber das sieht jetzt wirklich aus wie bei diesem Timekeeper aus Spy Kids. Genau, das hab ich im Trailer gesehen. Da muss man jetzt alle Blumen dafür sorgen, dass sie die Sterne ausspucken. Und dann spuckt diese unsichtbare Truhe die echte Truhe aus. Oder, naja, ist jetzt auch wurscht. Gut. Soll der hat Kotter? Machen sie den Weg voll. Nein, mach ich nicht. Dann muss ich sie wegpusten. Huah. Obwohl Kirby kann ja eigentlich nicht reden. Ja, gut. Na bitte. Die gehen manchmal schneller. Da versieht man sich und schon ist es fertig. Macht aber extrem Spaß. Ja, wirklich. Macht meiner Meinung nach noch mehr Spaß als der Story-Modus. Ich frage mich, warum so wenige dieses Spiel jetzt playen. Viele sagen, das Spiel ist nicht gut. Aber auch wenn es nicht ganz leicht ist und die Steuerung komisch ist. Es macht doch trotzdem Spaß. Also ich verstehe es nicht, dass viele das Spiel nicht mögen. Das ist doch extrem gut. Naja. Jedenfalls, mir macht es Spaß. Und ihr seht es ja, wie enthusiastisch ich hier weiter spiele. Am Anfang, ich gebe es zu, am Anfang fand ich die Steuerung ziemlich doof. Aber ab Welt 3 hat das Let's Play dann richtig angefangen, hat das Let's Play dann angefangen, Spaß zu machen. So, so. Genau, in die Mitte von dem großen Zahnrad rein. Ich bin schon gespannt, dass dann auch alle Schwer-Herausforderungen kommen. Oh, ähm, so, so, so. Ja, diese auflösenden Dinger. Das ist jetzt etwas doof. Komm, bitte, 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 bitte. Mann, das war knapp, aber ich habe es noch geschafft. Na bitte. Das war jetzt aber nicht mehr so leicht. Aber macht richtig Spaß. Und ich bin extrem froh, dass man nicht Überlebensherausforderungen, wie ist, Moment mal. Überlebensherausforderungen, ich wusste doch, es gibt verschiedene. Ach, ich dachte immer doch, jede achte ist so eine. Da habe ich mir noch gedacht. Überlebensherausforderungen. Ich bin schon gespannt, was das ist, aber zuvor mache ich die siebente noch. Überlebensherausforderungen. Ich glaube, das sind dann viele Gegner und man muss versuchen, unbeschadet durchzukommen. So, genau. Und dann eine gezielte Linie. Die Kanone da hätte er nämlich wieder zurückgeschossen. Raffiniert, raffiniert, raffiniert. So, jetzt schnell durch und, na bitte. Die machen aber echt Spaß. Nur der Hintergrund ist etwas, er ist cool, aber irgendwie passt er nicht so wirklich dazu. Naja. Jedenfalls. Na bitte, raufgeschossen und Kirby baumelt runter. Macht echt Spaß. Okay, die muss ich mal wieder durchboost. Moment, ich habe nur einen einzigen Boost. So, und genau. Na bitte. Und wow, das war knapp, aber ich habe es noch geschafft. Na bitte, diese Cotter Birds oder Cotter Ramsen oder Ritter Ramsen oder irgendwie so hießen die. Na ja, gut, jetzt bin ich aber schon gespannt, was diese Überlebensherausforderung ist. Wie viele Schatzungen kannst du nacheinander sammeln? Verpasst du eine, es ist vorbei. Acht auf die Zeit. Äh, Moment mal. Ach so, Moment. So, 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 so. Ist das jetzt so etwas wie bei Captain Toad, dieser allerletzte nervige Level? Aber das ist doch jetzt praktisch gesehen nichts anderes als das vorige. So, 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 so. Und was genau passiert da jetzt? Ach so, ich glaube, das ist eine andere. Ihr habt es ja gesehen, vorher, wenn man da eine verpasst hat, dann, ähm, dann, ähm, dann, ähm, dann durfte man sie nochmal spielen. Aber hier, verdammt, das ist aber jetzt nicht einfach. Und oh, dann wird man sogar erledigt. Beim anderen habt ihr ja gesehen, geht es einfach weiter. Jetzt weiß ich, warum das Überlebensherausforderungen heißt. Okay, zwölf hintereinander. Keine Medaille, das mache ich selbstverständlich nochmal. Das macht aber Spaß, wirklich. Und ab, geht die Post, 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 Post. Oh. Okidoki, und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Komm schon, zwölf hintereinander, das muss ich schaffen. So, genau. Das schaffe ich doch wohl. Ja. Ich bin ein guter Körbenspieler. Das werde ich doch wohl schaffen. Ja, ja, ein Glück, diesmal habe ich das endlich geschafft. Mann, das war jetzt aber schwer. Moment, das waren doch dieselben wie vorher. Oh Gott, dass es diesmal aber schwer war. So, nein, Gott, das ist nervig. Und wie nervig? Nicht mal Bronzen? Naja. Das ist jetzt aber echt schwerer. Aber sind das nicht dieselben wie vorher, nur ein bisschen schwerer gemacht? Kann doch sein. So, so, und rauf, rauf geht die Post. Hey, 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 das konnt's nett sein. Aber ich hab's jetzt im Glück noch geschafft. Das ist aber echt schwer. So, 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 so. Einfach eine gezielte Linie. Komm, das muss jetzt hinhauen. So, so. Oh, ein Glück, das war knapp. Übrigens, falls ich gehört habe, eine Vespa war draußen. So, und, na bitte, das sind dieselben wie vorher, oder? Das war doch auch schon mal gerade eben. Okay, das ist neu. Nimm das, du fette Schwester. Bouncy heißt sie, glaube ich. Schwester Bouncy. Hallo, bitte, 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 bitte. Nein! Blöde Schwester Bouncy. Äh. Das war jetzt aber dumm. Nein, nicht dumm, das war gemein. Das war extremst gemein. Na, los, du. Komm schon. Es kann dann jetzt sein, dass ich dann malzumal schlechter werde. Ah, ich sehe schon, das wird etwas fordernder. Ein Abonnent hat mir eh schon darauf hingewiesen, dass die Herausforderungen schwer sind. Und er hatte recht. So. Nächste. Nächste. So. So. Gut. Übrigens ist es eine prima Gelegenheit, um über Meta-Neid zu reden. Ich war heute im Donauzentrum, eines der größten Einkaufszentren in Wien, für den Fall, dass ihr noch nie in Österreich wart. Schauen ja oft viele Deutsche zu. Und da habe ich Meta-Neid, die Figur, für die ich fast den dreifachen Preis bezahlt habe, um sie am Release-Termin dieses Spiels zu haben. Die habe ich heute fünfmal zum Normalpreis gesehen. Aber der sah diesmal irgendwie anders aus als meine Figur. Der sah irgendwie hässlicher aus. Naja, vielleicht war das eh gut, aber ich habe den im Let's Play immerhin nur dreimal eingesetzt. Da bin ich jetzt schon enttäuscht, dass der jetzt so häufig ist und ich ihn für das Let's Play nicht mal richtig benutzt habe und dann so viel Geld ausgegeben habe. Naja. Das hat man doch vorher auch schon. Halt. So. Gut. Na bitte. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen schwerer gemacht als vorher. So. So. Na. Boah. Boah, das war knapp. Komm, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Genau, das hatten wir, glaube ich, schon mal im Story-Modus mit diesen grinsenden Gesichtern. So. Nein, komm. Nein, das kann es nicht sein. Ich hätte nur noch abdrücken müssen. Klingt so, als würde ich ein Gangster sein, aber... Nein, komm, bitte. Ich will das schaffen und zwar nur in diesem Part. Ja, das am Anfang hier ist ja leicht. Das Zweite geht. Man muss halt nur dafür sorgen, da muss man halt nur den Rhythmus von den Bouncys kennen. Das Dritte hier, das erfordert eine gezielte Linie. Genau. Das Vierte, da muss man schnell und gut gezielt handeln. Ja, na bitte. Ein guter Zielschuss ist alles. Hier, jetzt muss man dafür sorgen, obwohl, jetzt kommt ja noch nicht das mit der Schwester Bouncy. Da muss man einfach nur eine schnelle Linie zogen und dafür sorgen, dass man sie einsammelt. Jetzt kommt das hier mit Bouncy. So, 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 so. Das Schlimme ist halt, dass so viele hintereinander sind. Na bitte, das war diesmal einfacher als vorher. Sehr gut. Okay, was kommt jetzt noch einmal? Das hier, da muss man einfach nur so schnell wie möglich immer drücken. So, halt, halt, halt. Verdammt, verdammt, verdammt. So, ja, ein Glück. Das hätten wir auch. Was kommt jetzt? Ach ja, genau das. Da muss man einfach nur schnell handeln und den Wasserfällen ausweichen. Okay, und jetzt kam, glaube ich, das, wo ich gescheitert bin. Obwohl, nö, jetzt kam das. Da muss man einfach nur die richtige S-Linie ziehen. Ganz genau. Ein schönes S, wie ihr gesehen habt. Jetzt kommt, glaube ich, das, wo ich gescheitert bin. Genau. Halt! Ja! Nein! Bitte, bitte, bitte! Ich will das in dem Part noch schaffen. Nein, 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 nein! Bitte, bitte! Okay, ganz ruhig bleiben. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber andererseits, der Part hier in Wien habe ich außerdem nicht so gutes Internet wie im Burgenland. Komm schon. Halt! Verdammt! Mann, oh Mann! Ich glaube, mich muss gleich in die verkehrte Richtung den Kreis ziehen. So. Hey, du! Geh auf den Weg! Nein, ich glaube, der Part ist zu lang. Verdammt, ich habe es nicht geschafft. Die sind doch schwerer, als ich dachte. Aber nein, ich gebe nicht auf. Ja. Vielen Dank.